hey 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 willkommen zurück zu crisis 3 einmal bin ich schon draufgegangen und ich hab dann auch gleich aufgegeben habe ausgeschaltet ich brauchte eine pause sozusagen ja und jetzt nach ein paar tagen habe ich wieder eingeschaltet ich weiß nur dass ich draufgegangen bin ja jetzt habe ich gerade gesehen ich muss mal kurz da was verändern an der einstellung vom mixer das ist irgendwie jetzt ist es gut ja also was ich sagen wollte ich weiß jetzt nicht ich weiß zwar dass ich tot gegangen bin dass ich draufgegangen bin aber ja wo ich jetzt wieder starten werde weiß ich nicht gerade kam noch irgendwie maximale n dann hat es aufgehört dann bin ich bei diesem bildschirm der stehen geblieben da geht es weiter ich ich will nicht aber ich muss ja das ist der mörser du hurensohn du ja und jetzt ich gebe schon gleich wieder drauf weil ich habe keine ahnung was ich da machen muss was macht denn der da der schießt da auch aber er trifft mich der mörser ist ganz gut aber ich weiß wo bin ich denn hier wo ist denn das vieg da ist das vieg ah schnell weg er hat mich x drücken schnell 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 x drücken x drücken okay habe ich noch munition ich habe noch munition diese anzug gehört mir ja wir haben eure technologie weiterentwickelt ich halte gefahr gefahr viel aus wie du mach schon noch immer gefahr noch immer gefahr wo ist das andere dinge da oh je ich das ich ich die 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 Ja, irgendwie mache ich was verkehrt. Es hat mich schon wieder erwischt. Wo ist denn das Ding jetzt da? Die coole Waffe. Ja, die war doch ganz gut eigentlich. Endlich, du Hurensohn. Du und ich. Genau wie geplant. Komm, schau uns. Oh, oh. Ich glaube, das war so gut so, ne? Dann hacke ich das mal. Hast du noch was zu hacken? Hacke ich auch. Oh, die schießen ja alle. Habe ich jetzt mal eins getroffen, wenigstens. Hier. Er holt mich schon wieder. Schnell, schnell, schnell. X drücken, X drücken, X drücken. Ja. Gut. Ich weiß. So weit war ich schon mal. Dieser Anzug gehört mir. Wir haben eure Technologie weiterentwickelt. Wieso kann ich denn jetzt nicht hacken? Ich halte doppelt so viel aus wie du. Jetzt. Wie kommen denn die da her? Ah, da. Aber die sind noch alle noch so weit weg. Noch geringere ich die Geschwindigkeit. Sichtfeld blockiert. Mensch, ist ja gut. Da. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh yeah, externe Energiekühle aktiviert Oh! Oh oh! Irgendwas ist da, ich weiß nicht, ich hab da eine Trophäe bekommen Das heißt, ich muss rennen, was das Zeug hält Oh oh! Wieder verpasst, den ganzen Scheiß da Oh oh, jetzt geh ich drauf Wenn, was das Zeug hält Wo hänge ich denn jetzt fest Oh, schade, das Ding ist kaputt Wieder nicht Mensch Ist schlecht, wenn die externe Energiequelle erschöpft ist Mensch Waren das jetzt zwei? Oh oh Schnell, 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 schnell Ein, ein, ein Dings müssen wir, glaube ich, zerstören Ich bin nicht wie du Ganz und gar nicht Kann ich das noch hacken, oder was? Ich bin besser als du Da gibt's noch Energie, oder? Ich werde dir zeigen, was ich kann Das ist kaputt Das ist zerstört Oh, die kommen da Ja, und wie sieht's hinter mir aus? Oh, weia Ich brauch diese Energiequelle Okay Okay So War's das jetzt, oder war's das nicht? Okay Na komm schon Oh 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 nee, oder? Was war denn das jetzt? Nein Ich bin nicht wie du Ganz und gar nicht Autsch Ich bin besser als du Ich werde dir zeigen, was ich kann Kann ich den Panzer benutzen Wie komm ich da wieder raus? Ja, wo ist denn da wieder raus hier? Ist mir alles ein bisschen zu gefähr Au Oh oh Schnell weg Rennen 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 Ich muss noch dieses eine blöde Ding da erwischen, glaube ich Und dann hätte ich's geschafft Aber das ist das Problem Na, der Angriff heißt, ich muss rennen, was das Zeug hält Oh, weia Na, geh schon auf Ich weiß gar nicht, was ich holen muss Oh oh Rennen doch Rennen Rennen Na, rennen Ist der Angriff vorbei Ey, kriege ich das viel mal Macht ja mal nochmal da was anderes Wie nur diese blöden Angriffe da Aua, 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 aua Oh, das ist schlecht Oh no Nochmal Aua, 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 aua Das ist jetzt eine Sequenz Oh oh Kommen die ganzen Dicken jetzt hier noch Also wenn ich jetzt wieder draufgehe und die Dicken komme Ich glaube dann Oh oh Dann schalte ich auf Dings Auf Recruit Dann ist mir das definitiv zu Was denn jetzt Zu schwer Hat er mich aufgegessen? Isst er mich Ich höre dir, Boss Super Und jetzt Das ist für das Raptor Team Du Hurensohn Na Na Oh, guck mal Die Dicken Die Dicken gehen ja Die leuchten Ja super Die Dicken sind alle kaputt gegangen Klasse Ich glaube da hätte ich auch verloren gehabt Von allen Seiten die ganz Dicken Das sind ja nicht Was ist denn nur los? Ist noch nicht fertig Oh scheiß Shit Shit, shit, shit Ich kann nicht gar nichts machen Ich sitze auch in der Falle Was ist jetzt los? Keine Zeit Wir sind zu spät gekommen Sie sind durch Na super Ich werde dich da rausholen Was ist denn nur? Ist jetzt der Michael Oder ist jetzt der Prophet Im Arsch? Was seid ihr bereit Zu opfern? Ja, ja, ja Ein wahrer Held Geschafft Aber ist das das Ende? Und wurde Prophet 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 Die vielleicht beste taktische Kampfmaschine seit Menschen gedenken Soll ich das jetzt überspringen oder laufen lassen? Aber wenn man alles geopfert hat Um eine perfekte Kalte Harte Logische Maschine zu werden Und diese Maschine versagt Was passiert dann? Das ist so ähnlich wie der Anfang Wie der Vorspann Nicht ganz textlich Nicht das gleiche Und bietet dich natürlich auch nicht Jeder hat eine Wahl Aber das verstehe ich nicht Halte Quadrat Um das Spiel zu starten Wenn Prophet versagt Also ist doch nicht zu Ende Was bleibt dann noch? Lawrence Sie haben etwas, Prophet Sports Halt durch Etwas, das die Seth nie haben Oder verstehen werden Äh, ja Das ist die Frage Jetzt sollte ich Glaube ich Die Quadrat hast du drücken Das mache ich jetzt auch Ach, scheiße Shit 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 Ich dachte es ist vorbei Das heißt sie können sich in alles verwandeln In jede erdenkliche Form Mhm Archangel Totale Orbitale Vernichtung Und jetzt? Bloß nicht wieder fliegen Fliegen und schießen Ich hasse das Naja Ich werde es hin Äh, was? Wie? Okay Und jetzt? Ziel wird erfasst Muss ich das machen? Mit R Mit R Oh was Alter Schwede Muss ich das machen? So Hier, hier Halt Ist das das Ziel? Ich habe es geschafft Oder? Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft Das mit dem Ziel Das war gar nicht so einfach Aber ich habe es geschafft Ich habe es geschafft Ich habe gewonnen Ja Es ist wirklich nicht einfach da Ich muss erst mal checken Wie das funktioniert Aber jetzt ist es fertig, oder? Ist es jetzt fertig? Ich hoffe Ich hoffe Nein, noch nicht Ein Video Ein Video Ein weiteres Von so vielen Videos Ein weiteres Na gut Ist eigentlich ein halber Spielfilm Das Spiel Schauen wir uns das auch noch an Bin das ich? Ist das Profit? Sieht so aus, oder? Wer wir wirklich sind Und wer wir sein können Die besten Versionen von selbst Eine Maschine Aus der Weltleid Und darf sie nicht untergucken Als Volk und als Welt Haben wir nur eine zweite Chance Ja Tatsächlich Das ist Profit Und der Preis für dieses Wissen war unfassbar Lawrence Noch irgendwas, ne? Wüsste doch, glaube ich In der ersten Woche unserer Ausbildung Lehrten sie uns eine Lektion Ein guter Soldat weiß, dass es nur eines gibt Worauf er sich verlassen kann, wenn die Chips ausfallen Nicht auf seine Information Und nicht auf sein Equipment Oder seine Waffe Sondern nur auf sich selbst Ich habe lange gebraucht, um mich daran zu erinnern Fürs Erste ist der Krieg vorbei Ich habe Fehler gemacht Aber Ich bin nur ein Mensch Mein Name Ist Lawrence Barnes Sieht nicht so aus, als ob er nur ein Mensch wäre Schick hier Okay Ich glaube, das war es Ja Das war es mit Crysis 3 Und wieder Ein Projekt zu Ende gebracht Diesmal nicht so lange wie Dark Souls Aber ich habe es mir fast gedacht Dass solche Shooter-Spiele Nicht so lange gehen Von daher Aber es war interessant Es war spannend Grafisch war es wirklich ein Leckerbissen Muss ich sagen War nicht schlecht Hat mir gut gefallen Tja, und was Lawrence betrifft Diesen Prophet Er ist jetzt wohl Anzug und Mensch in einem Das ist anscheinend irgendwie In ihm übergegangen So wie es am Schluss war Ist die Frage Gibt es jetzt noch ein Crysis 4 Oder War es das Mit der Mit der Reihe Crysis Hm Nun gut Die Frage Werden wir wohl Schätz mal Nächstes Jahr vielleicht Beantwortet bekommen Eventuell Oder vielleicht schon Im November Wenn die PS4 Ja Die PS4 Oder auch die Xbox One Relays haben Da kommen die ja Werden die ja offiziell rauskommen Auf den Markt gebracht Und dann werden wir es sehen So Ich bedanke mich recht herzlich Für die Treue Und fürs Zuschauen Ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen War nicht alles so spektakulär Wie es vielleicht erhofft worden wäre Äh Oder gedacht war Denn es war manchmal ein bisschen langweilig Ich weiß Weiß ich selbst Aber was soll man machen So spiele ich halt Ist halt meine Art zu spielen Ich bin halt auch nicht da der Übergemer Wie manche andere Und ich habe blind gespielt Wohlbemerkt Ich habe blind gespielt Ich habe das Spiel nicht gekannt Noch nie vorher gespielt Ich habe Hat man ja gesehen An den ganzen Trophäen Ich habe alle Trophäen bekommen Glaube ich jedenfalls Weiß ich nicht Nun gut Nochmal herzlichen Dank Fürs Zuschauen Und jetzt stellt sich natürlich die Frage Was kommt als nächstes Lasst euch überraschen Bis dahin Gibt es wieder noch das ein oder andere Unboxing Noch ein Review von irgendeinem Mikrofon Oder so Mal schauen Oder irgendwas anderes Ja Ein neuer Laptop wäre auch mal angesagt Der ist zu langsam Was ich gerade habe Zum Videoschneiden Ich labere schon wieder zu viel Ich weiß Ich weiß ich weiß Aber Nun gut Das musste auch mal gesagt werden Nicht wahr Ich wünsche euch noch was Viel Spaß Bei dem Was ihr gerade da noch vorhabt Was ihr tut Oder was auch immer Tschüss Bye bye Hier war Something Call Für den Kanal Zucki Fini Und ich hoffe wir hören Oder sehen uns bald wieder Bis zum nächsten Mal Wenn es wieder heißt Irgendein Projekt Welcome back Tschüss Bye bye Winke winke Bye 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 Vielen Dank.